Ja, so steif irgendwie Mindhauer Endlich sind wir wieder als Fledermaus unterwegs Das liebe ich ja Da sind wir draußen ohne den ganzen gehörten Lava-Quatsch Da sind wir schon Ich bin auf Bord, Al Ich bin auf Bord, Al Du sehen, Riddler? Du wohnst mit dem Was ist das? 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 Blanker Ich höre ihn Ich muss einen besseren Angle Wir sehen was wird Ich kann leider nur geradeaus gehen Warte, wir wollen die ja alle befreien Das kann ja ein Spaß werden A good spot for cover Ich gebe es dir Ich gebe es dir Ihr Relentless Ich bin nicht auf Bord Ich will nicht auf Bord Ich werde das nicht aufbauen Es ist immer eine Struggle Verzüglich das zu machen Das zu machen Du denkst? Ich bin sicher, dass du das verstehen kannst Ich verstehe es Ich verstehe es Ich verstehe es Manchmal werden meine Methoden ein bisschen Ein bisschen Ich bin nicht aufbauen Ah scheiße Nochmal Wir versuchen es nochmal Ich sag ja die Tastatur Die Steuerung Ist sehr gewöhnungsbedürftig Finde ich auch nicht sehr sehr gut Nehmen sie dabei Weil so Schifft Um gut zu drücken Und so Unerwartet Auf jeden Fall wissen wir jetzt ja schon mal ein bisschen mehr Was sehen Sie, Riddler? Hm Ich höre ihn Ich muss einen besseren Angeln Ich muss einen besseren Angeln Wir sehen, was wird passieren Meine Freunde werden alle hier sein Dann sehen Sie, was es ist all in der Nähe Es ist kein Wunder Dass ich dann nicht nach rechts und links kann Das Kupang links Ok, ich lasse vielleicht nicht das Und Als Dann Sie So Das Das Ja Hier Das 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 Er guckt nach links und nach rechts, oder? Links. Jetzt guckt er nach rechts, oder? Links. Das haben wir bekommen. Super. Oh, er grillt da die Leute. Die Menschen werden hier, oder? Ich werde deine Schmerzen öffnen. Bis zum nächsten Mal. Hostages erst. Wenn sie sicher sind, ich kann die Missiles finden. Targeting online. Ready, Bruce. Du kannst sie weg. Die Haare sind in Stil. Wir sehen uns schon. Die Haare sind in Stil. Die Haare sind in Stil. Die Maare sind in Stil. Sabine hat sich davon ausgehe, er kann mit der Ferne die ganzen Pfeilen auslösen. Ah, super. Danke, die anderen auch. Scheiße. Oh nein. Alter, der Riddler hatte auch wirklich einen anderen Kräger. Das ist ja quasi eine ganz neue Falle jetzt. Ah, er hat uns die ganze Zeit verarscht. Okay, das hat sein Assistent ja auch gesagt. Er hat alles so geil durchgeplant. Wie soll man da wieder rauskommen? Ja. Wir haben natürlich eine Schreis-Fanung zu sehen. Ja. Wir haben natürlich eine Schreis-Fanung zu sehen. Wir sind hier, um das zu sehen. Ich denke, ich kann ihnen nur die Körper zeigen. Ich werde euch drei Fragen stellen. Geht sie falsch? Einer dieser Agenten wird entfernt. Du wirst weg von dem. Alter, über. Was ist so geil? Ich bin hier. Ich habe mich gerade gefragt. Ich habe das für dich, Batman. Der Hörer, der save die Leute. Wir werden sterben, nachdem er nicht alle kann. Jetzt kommen wir jetzt mal. Wir haben viel zu durchführen. Ich bin interessiert, wie du es alles verhältst. Ich bin kein Spiel zu spielen, Riddler. Aber ich kann dich nicht machen, natürlich. Die Leute werden sterben, wenn du nicht. Including die Agenten neben dir. Du kannst die Sonic-Blasten. Aber ich habe gehört. Ich habe drei Blasts, bevor sie in der Mitte ruft. Das sollte einfach sein, Batman. Dann, close to the heart. Ich habe eine Puzzle-Box für die Bat. Jetzt bin ich tot. Und ich meine, dismembert. Closed Casket für sicher, kind of tot. Wer bin ich? Wenn Sie die Antwort wissen, bitte sagen Sie es. Meine Kollegen sterben, sonst. Speak up, Batman. Was ist mit dir passiert, Riddler? Du bist verrückt! Wrong Antwort! Bitte! Das war nicht seine Antwort! Aber woher soll ich denn wissen, was er für eine Antwort haben will? Nummer 2. Auch komplett selbstverständlich. Ich bin schwarze und schwarze und blieb aus den Augen. Wer bin ich? Ich denke... Ich denke... Ich denke, er bedeutet mich. Sag es. Ich brauche eine Antwort. Avesta. Die Antwort ist Agent Avesta. Du hast es, Batman! Ha! Hier ist dein Preis! Und deswegen wollte ich auf seine Spieltieren gar nicht eingehen, weil ich genau wusste, der spielt nicht fair. Und da hast du keine Möglichkeit. Nur noch einmal, Batman. Und dann wird es alles vorbei sein. Ich werde ihn distracken. Wir holen uns aus dir. Ich bin der scharpe Minder, den du jemals kennst. Ich bin der Original Genius mit Gotham an meinen Feet. Wer bin ich? Ihr Riddler. Riddler ist der Genius. Gut gemacht, Agent. Du hast so schnell gesagt, du hast fast gesagt, du wirst nicht zu bekommen. Die Blast! Ich werde die Missiles fire. Du bist viel zu schnell, Batman. Ich denke, wir sind vorbei. Okay, dann wiederholen wir das Ganze nochmal, aber... So. Was haben wir denn hier alles? Und meistens ein Fahrzeug ausgerufen Und durch die Riddler, der sich zu vermeidenen und mir von der Explosion. Ich mag das, was du sagst, Agent Avesta, aber du bist nicht derjenige, den ich es von hören muss. Missile armt, bereit zu fangen. Wer ist der Genieus, Batman? Wer ist jetzt auf Gotham? Ich will es von dir hören. Die Fragezeit ist vorbei. Was machst du? Zerstöre deinen Käfig. Lass kommen. Nein, 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 nein! Sehr gut, sehr geil. Jetzt gibts erstmal auf die Fresse. Oh Gott, Junge, jetzt gibts erstmal auf die Fresse. Impossible! You... You think you're clever, don't you? You... Ich muss aber mal Ruhe sein. Who's the man, who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one, right? Those missiles are aimed right at the city. The answer... Is Batman. ... 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 Do Keeps ... Up ... ... ... ... ... Do ... You can't punish yourself for their loss. None of this is your fault. Thank you Batman. Despite the cost, at least we've got Riddler in custody. Ah, das ist leider so. Ich finde das nicht gut, aber eigentlich sollte niemand sterben in dem Spiel, aber das wird es immer. Ja, das wäre egal, du bist dort im Knochen. Ich habe das alles auf, um sie zu zeigen. Ich dachte, sie würde mich auf, selbst wenn sie nicht verstanden haben. Sie... Sie haben mich hier, um dich alleine zu tun. Sie... Ich glaube, du bereust es, weil du sitzt jetzt hinter Gitter. Und das... Und das... Und das ist der blitzartige Bruder, der mich aufgerufen hat. Ich habe nie gesagt, dass sie mich hier treffen können. Oh, meine Güte. Er... Ich... Ich... Die haben den Riddler umgebracht. Das ist ja mein Ding. Ich habe ja gesagt, da kommt bestimmt Nachfolger oder so. Bestimmt dieser John Doe, der war ja so ein bisschen durch. Der Riddler ist... Locken die Ecke. Und Radio für mehr Medics. Das... Riddler, ist er... Oh, Gott, verdammt. Ich hoffe, es war's, Batman. War's it Riddler's a damn corpse One of Waller's agents is dead We're not getting a shred of usable testimony Out of Eli Naval Not after you beat him half to death in my custody You went behind my back With Waller and buried the investigation In the process This is beyond the goddamn pale What were you thinking? How could you undermine me like that? I'm sorry Jim Ich wollte das nicht sagen. Nein, ich bin derjenige. Der Vertrauen zwischen uns ist weg. Unsere Zusammenarbeit ist vorbei. Keine mehr Informationen. Keine mehr Squad Car Backup. Du bist unverantwortlich, Gordon. Du musst mein Hilfe protecting Gotham. Wenn was in der Prozesse ist protecting Gotham, ich will keine Teil davon. Ich wollte nur wissen, wie wir in so einem verletzten Ort gekommen sind. Du solltest sein, der Antwort mit den Antworten, Kommissioner. Wie ich sehe, Batman hat die Initiative von Nabel genommen. Du, auf der anderen Seite, Gordon, hast du zwei Schritte hinter Riddler von Anfang an. Das ist nicht das Problem. Das ist auf dich. Das ist auf dich. Batman hat seine Priorität straight. Aber du... Jetzt warte mal! Du denkst, du könnte es besser sein? Das ist besser, wie ich es sehe. Es gibt einen weniger schlechten Mann in Gotham. Ich weiß nicht, ob ich besser hätte. Ich weiß auch, dass du besser hätte. Wenn wir aus dem Beginn gearbeitet haben... Warum... Du... Nicht! Eine andere Worte, Herr Kommissioner. Verwenden Sie eine Kindheit. Ich werde dich nicht einfach direkt verabreden. Jetzt lasst uns allein. Wir haben sensibliche Begründnisse zu diskutieren. Du zwei verdienen uns. Der Abgang mit Gordon... Der... Gefällt mir auch nicht so richtig, sag ich mal, aber... Sie hat ja recht. Ich glaube, er war nicht so popular. Ich glaube, er war nicht so popular. Ich glaube, er war nicht so popular. Das ist eine Theorie wir haben. Evidenz von diesem Workshop suggests... er war in ein Feud mit einem anderen Mitglied der Gruppe. Sie hat nur ein Feind... Dr. Harleen Quinzel. Sie ist eine Psychiatrische. Sie ist sehr elusive. Sie ist sehr elusiven. Sie hält sich Schulz. Sie hält sich das Radon dünner. Ich habe mir das Gefühl. Alter, sie hat rausgefunden, wer ich bin Das ist ja heftig Oh Du und 77,9% der Spieler liefen diesen Tiffany wütend zurück Ja, es tut mir leid Sie war hoch erfreut, als du ihr sagst, dass sie mit dem Puzzle-Box helfen könnte Bei der Trauer fühlte sie Trost, als du dich ihr gegenüber besorgt zeigst Aber weil du ihr die beiden sagst, du hast sie in Gefahr gebracht zu haben Fühlst du sich jetzt betrogen Oh, du und der 22,3% der Spieler ließen zu, dass Gordon sich verraten fühlte Er schätzte es, dass du ihm vor Waller zur Seite standest Er war verletzt, dass du ihm gelogen hattest Er fühlst sich betrogen, weil du ihn hintergangen hast Du und 38,1% der Spieler bauten eine Beziehung zu Waller auf Die partnerschaftlich war Sie war nicht froh, da wurde als zu Gordon verteidigt Sie belegte nicht, dass du bei der Befragung von Ellie Gnade gezeigt hast Aber weil du entschieden hattest, zu ihr anstatt zu Gordon zu gehen Freut sie sich auf die Zusammenarbeit mit dir Du und 48,6% der Spieler ließen John begeistert zurück Bei der Treuerfreue freute er sich, dich zu sehen Er war stolz auf sich, dass er eine Karte wählte, die dir gefiel Er war unkerfreund, dass du zustimmst, seine Freunde zu treffen Aber ich glaube, das ist normal Weil jeder, der auf dieser Beerdigung war Oder jeder, der es gespielt hat, weiß natürlich Macht man irgendeinen Mist, dann sprengt er die Beerdigung Das ist ja auch nicht gut Du und 44,5% der Spieler ließen die Mom schuldenbeladen zurück Sie war beeindruckt, dass Waller die Stirn botest Es tat ihr leid, sie dich verärgert zu haben Während sie dir die Frage stellt Sie fühlt sich schuldig, überlebt zu haben Während ihre Freunde starben Du und 68,7% der Spieler wurden zeugen, wie Alfred brachsüchtig wurde Er war stolz, als du zuerst an Gotham und dann an dich dachtest Dass du ihm das Video von Lucius 2 zeigst, dass Alfred jetzt brachsüchtig Er belegte nicht, dass du bei der Befragung von Ellie Gnade gezeigt hast Was hast du Gordon über deine Verbindung zu Lucius erzählt? Du und 6,4% der Spieler sagten Gordon nicht die Wahrheit über deine Verbindung Oh, da war er echt wenig 9,9% der Spieler weigerten sich Gordon über Lucius zu sprechen 1,6% der Spieler schwiegen, als Gordon und Lucius fragte 82% der Spieler gestanden Gordon, dass Lucius ihr Verbündeter war Naja Du bist Maury oder Ellie gegangen Du und 25,7% der Spieler fragten Ellie Um Informationen über den Riddler zu erhalten Hier hast du die Informationen von Ellie erhalten 79,7% der Spieler Okay, da sind wir dich dann mit allen Spielern gleich Hast du ihn mal gerettet oder die Agenten Nach 28,5% haben Ellie gerettet Ich auch wieder eine Ausnahme So Dann war es das glaube ich mit Episode 1 Ja, war sehr schön, hat Spaß gemacht Jetzt können wir die Folge 2 starten so Ja, war sehr schön, ich will dir die Folge 2 starten Je bin Okay, jetzt geht'